Der hat Double Damage, oh nein der Warlock hat Double Damage. Warlock hat Double Damage, die Gefahr ist groß. Er wardet, er läuft hier in den Wald. Weg da weg, ich hab keinen Mana MSC, ich kann den nicht helfen. Der fliegt alleine nicht dauer und ich hab den. Ja ja. Aber der Earth Shaker kommt hinterher. Was mein ich? Da ist er. Da ist ein Earth Shaker. Wurde sie gewastet, aber lauf, lauf. Du kommst weg, du kommst weg. Sie werden scheiße gebaut. Kommst weg, Ocean muss helfen. Kommt der rettende Hook. Kommt der, da ist er. Aber MSC läuft mit dich. MSC läuft halt nicht. Nicht krass. Unglaublich, lass mal so noch was herreden dürfen. Ich hab gedacht Ocean hockt jetzt das ganze. Oh Mann ey. Wenn er, wenn sie so Vieh gehuckt hätte, den hier übernimmt. Freakzeichen. Ja. Was soll ich mir noch bauen? Force Dev. Force Dev. Ich wär für Schuhe. Achso, Schuhe. Ich hab ganz vergessen, eine Schuhe zu kaufen. Passieren. Was für Schuhe? Ich bau mir gern, ähm, wie heißt das denn? Power Treads. Power Treads oder Face Boots. Kannst schon aber auch nicht Schuhe bauen. Ich glaub bei dir wären Schuhe besser. Ich hab. Ich hab.